Hey Leute, was geht ab und damit herzlich willkommen zu diesem neuen Brawl Stars Video hier auf meinem Kanal, Leute. Ja, heute gibt es mal ein kleines Stream-Highlight von meinen letzten beiden Streams, wo wir mal wieder ein paar Boxen aufgemacht haben und tatsächlich auch zwei Brawler gezogen haben. Also ist es mega nice und ja, ich würde sagen, reden wir gar nicht lange drum rum. Fangen wir direkt an mit den Clips, Leute. Seid ihr bereit für Boxen, Leute? Seid ihr bereit für Boxen? Brauchen die richtige Musik. Seid ihr bereit für Boxen, Leute? Seid ihr bereit für Boxen? Scotty, danke für ein Abo, Ehre. Okay, erste Box. Hallo, habt ihr wieder abonniert? JW, Ehre geht raus. Digga, schon wieder überlesen. Okay, ich scroll, ich scroll. Weißt du, wo mich die Fall war, der Kastenpasch ist. Ehre. Erste Box, komm. Leider nix, wir brauchen zwei Verbleibende. Und ErlomatLP, danke für ein Abo, Ehre. Zweite Box, Leute. Ne, ne, dat, 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 dat war nichts, ne. Ne, lauda, dat, dat, ähm. Dat vergessen wir lieber mal wieder. So, schön auf meinem 16 zu 9 Monitor, YouTube zu schauen. Hat ja vorn, ja, nur 4, 3 ist ich da wieder, Alter. 4, 3 ist schon bitter. Alter, wann kommt denn die... Wollte mich verarschen. Die nächste Mega-Box kommt bei 30? 5 Level? Ja, als ob ich das schaffe. Luke Gaming, danke für den Abo, Ehre. Als ob ich... Ah, ja. Junge, 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 das dauert ja noch 10 Jahre, bis ich da bin. Äh, da. Ich würde sagen, machen wir mal eine Big Box auf. Aber so lange rollen wir schnell noch die Mikrofone wieder auf, die stehen wir hier ein bisschen dumm. Bin gleich zurück, Batschplatz. Okay, Leute, jetzt haben wir halt für die Big Box. Okay, komm. RIP, RIP, RIP. Mo, zünde dich weg, der Knack, Knackst du wohl 5K? Ah, ja, von mir aus darf er doch. Ich habe, ich lade jetzt auch nichts hoch. Das Wichtigste ist die Watchtime. Auf Platz 2 ist die CPM. Ja, what? Leute, wir haben Max gezogen. Oh mein Gott, Leute. Hä? Wer hat denn damit gerechnet, dass wir einfach jetzt Max ziehen? Stabil, Leute. Wir haben einen neuen Brother. Was sagt man denn dazu, Leute? Was sagt man dazu? Jetzt, da müssen wir erstmal einen Highlight-Clip erstellen, Leute. Da müssen wir tatsächlich erstmal einen Highlight-Clip erstellen. Wer hätte damit gerechnet, mal ganz ehrlich, Leute? Das stimmt nicht. Ich spiele einfach Brawl Boys. Kann ich nicht. Ich brauche diese Scheiß-Quest für die Mega-Box. Okay, wir können eine Mega-Box aufmachen. Das ist ja already, Leute. Für die Mega-Box. Und dann brauchen wir noch... Bro. 30. Easy. Easy. Leute. Seid ihr bereits für die Mega-Box? Wir machen zwei Mega-Boxen auf, Leute. Und dann gucken wir uns ein wenig zum Nach anarchisten. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.